Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Kamin-Bestecke-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Kamin-Bestecke-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Amagabeli Kamin-Besteck. Das vierteilige Set von Amagabeli ist sehr wertvoll für Bargeld, aufgrund der Tatsache, dass es aus Stahl besteht, enthält eine Schaufel, Mob, Haken und Zange sowie die Struktur bietet auch Platz, um ein paar Holzdämme zu stapeln, um sicherzustellen, dass es Kaminwerkzeuge mit Stand und Holzlage Alternative zur exakt gleichen Zeit. Der Stand wird auseinandergenommen, aber die Werkzeuge sind alle völlig unversehrt, so dass sie nicht gebaut werden müssen. Die Verarbeitung ist im Allgemeinen von höchster Qualität, da es sich um pulverbeschichteten Stahl handelt, der belastbar und auch robust ist. Der Stand hält Brennholz fest und das Holz macht es zusätzlich größer, das macht es viel stabiler. Umzug auf Nummer 4, haben wir die RelaxDAIS, Schwarz Kamin-Besteck. Wenn Sie einen Ritter als Kamin-Kollektion neben den Kaminplatz stellen möchten, ist das RelaxDAIS-Set perfekt. Es ist von hoher Top-Qualität, besticht durch seine anständige Handarbeit aus Schauspielereisen sowie ist dank seiner Mob, Schaufel, Poker und Besitzer gut eingerichtet. Programm, der Online-Poker ist in der Regel als eine lange Axt des Ritters gemacht, so dass es nahtlos direkt in den gesamten Stil passt. Zangen bestehen nicht, aber die Geräte sind insgesamt toll und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls hervorragend. Da es aus Kusseisen gebaut ist, ist es wirklich kräftig, fühlt sich in der Hand großartig an und ist auch stabil. Auf Platz 3, haben wir die Lienbacher Kamin-Besteck. Die Amagabeli-Kollektion ist ein vierteiliges Besteck mit Besen, Schaufel, Zange und Casino-Poker. Hergestellt aus starkem Schmiedeeisen und ausgestattet mit Edelstahl kümmert sich um. Es wird ein moderner Stand aus Edelstahl erwartet, der vornehm aussieht und auch stabil ist. Die Montage ist nicht erforderlich, da alle Teile unversehrt geliefert werden. Durch das ergonomische Layout ist es nicht nur trendy, einen Blick zu werfen, sondern auch klein und passt leicht in jede Ecke. Es ist so sehr bequem zu bedienen, da es nur angebracht werden kann. Die Griffe bleiben schön und genial aufgrund der Tatsache, dass sie aus Edelstahl gebaut sind, so wie sie sind auch bequem zu halten. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Amagabeli vierteiliges. Der dreiteilige Feuerplatz von Lienbacher wird aus Stand, Schaufel, Casino-Poker und Mob geliefert. Die Sammlung besteht nicht aus Zangen. Die Handarbeit ausgedecktem Stahl ist im Allgemeinen stark, aber es gibt Ohnmacht an der Stelle. Die Verbindung zwischen der Pflege sowie das Werkzeug, denn genau hier kann es beschädigen. Darüber hinaus kann das Produkt in einigen Bereichen scharfkantig sein, was schade ist, da es ansonsten stark ist, das gesamte Konzept mit geschlossenem Stand überzeugt und die Rate angemessen ist. Schmutz sammelt sich im Container, so dass er immer ordentlich am Standort bleibt. Das Holz verwaltet, die schön und auch toll bleiben, machen es sehr bequem zu bedienen und es steht stark sowie sicher auf dem Boden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Amagabeli fünfteiliges. Das fünfteilige Grillflachgeschirr von Amagabeli konnte sich als effektivstes Grillflachgut sowie damit als Prüfungsmeister durchsetzen. Es handelt sich um eine durch und durch aufgerüstete Kollektion bestehend aus Schaufel, Besen, Zange sowie Haken sowie einem sicheren Stand zu einem günstigen Preis, so dass das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet ist. Wenn man bedenkt, dass der Kammerinsatz schwarz ist und Silbe hat, kümmert sich um diese Halten genial sowie Anwendungen. Es sieht traditionell und modern zur gleichen Zeit, so dass es gut mit praktisch jeder Art von Atmosphäre passt. Das Set eignet sich zusätzlich gut für rustikale Kamine. Die behandelt mit Ruhe angenehm in der Hand, es ist langlebig und auch robust sowie zusätzlich sehr leicht aufgeräumt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.